hauptproblem ist halt unsere eisenerzen gehen langsam zur neige und ich habe leider echt keinen zweiten ader gefunden hier war ja glück dass ich die überhaupt entdeckt habe die erste in der 15. veteranen dann werden wir jetzt mal mit brandern anfangen ja 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 Kiste, kein Eisen, kein Eisen. Nee. Also, die Gottmarke ist ein sehr eisenarmes Gebiet. Für den Clan. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, wenn ich so 25 von jedem habe, werde ich mal einen Angriff fragen. Solange müssen wir uns halt noch in der Defensive halten. Ich will nicht sterben. Ah, ah, nein! Was verlangt ihr? Ich gehorche. Gerne. Ich gehorche. Nächste, Eiskohle im Front. Nächste, Eiskohle im Front. Ich schließe, Eiskohle im Front. Ich schließe. Da kommt auch wieder eine ganze Front auf uns zu. Da kommen Eiserne. Ja, da kann er sicherlich nicht entscheiden, wo er hin will. Ja, unsere Linia-Vorräte sind auch schon relativ aufgebraucht. Also unsere Sammelvorräte. Holz gibt es zum Glück noch an allen Enden und Ecken. Okay, Golems sind alles, was hier durchfällt. Geht weg! Lass mich in Ruhe! Was verlangt ich? Ich gehorche! Meister! Ein Überfall auf die Stadt! Oh, jetzt greifen sie wieder Gebäude an. Ich sollte mich also da auch noch ein bisschen verstärken wahrscheinlich. Meister! Ein Überfall auf die Stadt! Meister! Hier bin ich, Meister! Sie verlagert unsere Stadt! Alles, was ihr wünscht! Ja! Was verlangt ihr? Habt Geduld, Meister! Meister! Okay, neue Welle an Golems. Alles, was ihr wünscht! Ich bin schon da! Alles, was ihr wünscht! Boosten wir noch ein bisschen unsere Nahrungsproduktion, würde ich sagen. Holz ist dafür ja genug vorhanden. Oh, woher? Und noch eine. Und noch eine. Ach! Ich bin ohne... Sofort... Sofort! Das ist nein! Ach, sie tun mir weh! Wie kann ich dienen? Alles, was ihr wünscht! Hier müssen wir auch dringend noch ein bisschen mehr verfestigen. Und hier wird's... Oh, schön! Sie töten mich, Meister! Sie belagern unsere Stadt! Es ist gut, dass Sklaven entbehrlich sind. Ich bin ungewöhnlich, Meister! Und ja, klingt kaltherzig von mir, aber ist leider so bei den Dunkelelfen. Und die große andere Wahl haben wir ja leider auch nicht. Äh... So, frische Veteranen... Frische Brande... Ich bin unwürdig! Habt Geduld, Meister! Und ja, dieses ständige Anrennen der Frost-Golems... Gibt uns verdammt viel XP. Naja, gut, jetzt nicht übermäßig viel, aber... Wir haben schon wieder fast eine Viertelstufe gemacht... Wir werden angegriffen! Ich bin unwürdig! Ich gehorche, Meister! Runenkrieger, zu mir! Das Gebäude ist einsatzbereit! Na cool, sie haben noch ein bisschen Eisen zum abbauen. Das Holz, da kommen wir leider nicht ran. Stand halten, Männer! Wie kann ich dienen? Ja, ich kann halt mit den Steinen und dem Aria nichts anderes anfangen. Na, guck mal, wie sich hier der Stein regeneriert. Und auch das Aria ein bisschen. Aber ich denke mal... ...mischen. Ach, hier oben. Ja, hier würde es das Aria so schnell nicht ausgehen. Ist ein bisschen krass, wie voll das eine Becken mit Aria ist. Die nächste Welle Frostproblems, die Hallo sagen will. Ich glaube aber mit sieben Schweinezüchtern, äh, Wildschweitzüchtern... Sollten wir schnell an die Namen kommen, die wir brauchen. Da kommt wieder eine größere Welle Eiserne angerannt. Auch auf... ...die Verteidigung. Alles, was ihr wünscht, bin schon da! Stand halten, Männer! Der Geisterbrecher übrigens, ich packe gar nicht das Auge oben drauf, weil ihr hier unten ausweht. Äh, finde ich auch toll. Oh! Ja, jetzt fangen die Eiserne langsam an, ein bisschen ernst zu machen. Vorsicht, Gegner! ... ... ... ... Vielen Dank.